85 85 85 Questions, Past Tense 1 Fragen, Vergangenheit 1 Fragen, Vergangenheit 1 How much did you drink? Wie viel haben Sie getrunken? How much did you work? Wie viel haben Sie gearbeitet? How much did you write? Wie viel haben Sie geschrieben? How did you sleep? Wie haben Sie geschlafen? How did you pass the exam? Wie haben Sie die Prüfung bestanden? How did you find the way? Wie haben Sie den Weg gefunden? Who did you speak to? Mit wem haben Sie gesprochen? With whom did you make an appointment? Mit wem haben Sie sich verabredet? With whom did you celebrate your birthday? Mit wem haben Sie Geburtstag gefeiert? Where were you? Wo sind Sie gewesen? Where did you live? Where did you live? Wo haben Sie gewohnt? Where did you work? Where did you work? What did you suggest? What did you suggest? What did you experience? What did you experience? Wie schnell sind Sie gefahren? Wie lange sind Sie geflogen? Wie hoch sind Sie gesprungen? Wie lange sind Sie geflogen?